Und, was läuft? Flüchtlinge. Die laufen ja zur Zeit oft. Ja, ja. Irgendwann ist dann ja auch mal voll hier. Im Moment ist ja noch Platz. Warum macht denn keiner was? Die kommen ja immer noch. Was soll man denn machen? Die sind halt unterwegs. Also mich hat keiner gefragt, ob die alle kommen dürfen. Ja, hätten sie dich vorher anrufen sollen? Unsere Tochter sagt auch immer Bescheid, wenn sie unterwegs ist. Die kommen aus Syrien. Ach. Der Hans-Werner Sinn hat gesagt, wir müssen die Renten kürzen. Wegen der Flüchtlinge. Weil wir zu viele sind. Aber wir haben doch bisher die Renten immer gekürzt, weil wir zu wenige sind. Ja, ja. Sind wir jetzt zu viele oder zu wenige? Na, die werden schon wissen, was sie tun. Können die nicht mal was anderes bringen als Flüchtlinge? Ja, was sollen die denn machen? Die sind jetzt halt da. Ich muss nicht unbedingt fernsehen. Aber die müssen unbedingt flüchten. Aber doch nicht zur besten Sendezeit. Nun lass die doch flüchten. Im Nahen Osten ist Krieg. Damit muss man sich auseinandersetzen. Ich lasse mir vom Nahen Osten nicht vorschreiben, mit was ich mich auseinanderzusetzen habe. Das nächste Mal wähle ich den Seehofer. Wie kommst du denn jetzt da drauf? Na, der macht wenigstens was. Was macht er denn? Er hat gesagt, er will was machen. Dass nicht so viele kommen. Der Seehofer hat eine Lösung für den Syrien-Konflikt? Nee. Aber die Merkel sagt immer nur, wir schaffen das. Und der Seehofer? Der sagt, wir schaffen das nicht. Und deswegen wähle ich den. Du? Der geht nicht mehr. Der Fernseher? Der Flüchtling. Au. Was hat er? Au. 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 Au.